Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist dreithürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, elektrische Fensterheber, ABS, Zentralverriegelung, Wegfahrsperre und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford auf Lager